Die drei besten Früchte, die eine Dialyse verhindern und Tausende von Nieren entgiften. Wir beginnen heute mit Teil 2 unserer Serie über die Gesundheit der Nieren. Stellen Sie sich vor, dass Sie eines Tages beim Aufwachen feststellen, dass Ihre Nieren versagen. Das klingt beängstigend. Für viele Menschen hat sich diese Angst jedoch bewahrheitet. Das Schlimmste daran ist, dass viele von Ihnen in Ihrem Kampf gegen die Nierenerkrankung einen unerwarteten Verbündeten gefunden haben. Was war es? Und können Sie es erraten? Heute verraten wir Ihnen die Geheimnisse von drei potenten Früchten, die eine Nierendialyse verhindert und Tausenden von Patienten bei der Entgiftung ihrer Nieren geholfen haben. Bei diesen Äpfeln und Orangen handelt es sich nicht um Ihre typischen Früchte. Einige der Früchte auf unserer Liste könnten Sie sogar überraschen. Bevor wir jedoch beginnen, möchte ich Sie Folgendes fragen. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass eine dieser Früchte die Fähigkeit besitzt, eine Nierenerkrankung im dritten Stadium umzukehren? Sind Sie neugierig? Bleiben Sie dran, denn wir sind dabei, einige bahnbrechende Erkenntnisse zu entdecken, die das Potenzial haben, die Art und Weise, wie wir über Nierengesundheit denken, völlig zu verändern. Lassen Sie uns zunächst über die Bedeutung der Nierengesundheit sprechen. Ihre Nieren arbeiten ununterbrochen, um Abfallstoffe und überschüssige Flüssigkeit aus Ihrem Blut zu entfernen. Diese bohnenförmigen Organe befinden sich direkt unterhalb Ihres Brustkorbs auf beiden Seiten der Wirbelsäule und sind etwa so groß wie eine Faust. Trotz ihrer winzigen Größe filtern Sie etwa 150 Liter Blut pro Tag. Aber Sie tun mehr als nur das. Neben der Förderung der Knochengesundheit, der Steuerung der Vitamin-D-Synthese und der Produktion von Hormonen, die bei der Bildung roter Blutkörperchen helfen, steuern Ihre Nieren auch den Blutdruck. Wenn sie nicht richtig funktionieren, können sich Giftstoffe ansammeln und eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen verursachen, die sich auf fast jeden Bereich Ihres Körpers auswirken können. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt leiden an chronischen Nierenerkrankungen, die manchmal auch als stille Killer bezeichnet werden, da sich die Symptome möglicherweise erst zeigen, wenn die Krankheit bereits weit fortgeschritten ist. Es ist wichtig, die Entwicklung von Nierenproblemen zu verhindern oder sie frühzeitig zu erkennen. An dieser Stelle kommen unsere fruchtigen Helden ins Spiel. Sie fragen sich vielleicht, ob Früchte wirklich so viel bewirken können? Schauen wir uns doch einmal die wissenschaftlichen Erkenntnisse an. Clinical Journal of the American Society of Nephrology Laut einer bahnbrechenden Studie wurde eine Ernährung mit einem hohen Anteil an Obst und Gemüse mit einem geringeren Risiko für die Entwicklung einer Nierenerkrankung in Verbindung gebracht. Nachdem die Forscher fast 14.000 Personen über einen Zeitraum von durchschnittlich 24 Jahren beobachtet hatten, stellten sie fest, dass der höchste Obst- und Gemüsekonsum mit einem deutlich geringeren Risiko für Nierenerkrankungen verbunden war. Wenn es um die Gesundheit der Nieren geht, sind jedoch nicht alle Früchte gleich. Bestimmte Früchte enthalten erhebliche Mengen an Mineralien, wie zum Beispiel Kalium, die für Menschen mit Nierenproblemen problematisch sein können. Aus diesem Grund ist es wichtig, die idealen Früchte auszuwählen und sie in Maßen zu essen. Lassen Sie uns ohne Umschweife unsere drei besten Früchte vorstellen, die gut für Ihre Nieren sind. Erste Frucht – Blaubeeren Das ist richtig. Diese kleinen blauen Kraftpakete haben einen großen Einfluss auf die Nierengesundheit. Blaubeeren sind reich an Antioxidantien, insbesondere an Anthocyanen, die ihnen ihre einzigartige Farbe verleihen. Es ist erwiesen, dass diese Substanzen oxidativen Stress und Entzündungen verringern. Zwei Bedingungen, die eine Nierenschädigung verschlimmern können. Lassen Sie uns die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Beziehung zwischen Blaubeeren und Nierengesundheit genauer untersuchen. In Tiermodellen mit chronischen Nierenerkrankungen verbesserte die Einnahme von Blaubeeren die Nierenfunktion. So eine in der Zeitschrift Food and Function veröffentlichte Studie. Ein wichtiges Maß für die Nierenfunktion, die glomeruläre Filtrationsrate, hat sich nachweislich verbessert. Und die Forscher berichteten auch von einem deutlichen Rückgang der Indikatoren für oxidativen Stress. Aber was bedeutet das eigentlich im wirklichen Leben? In ihrem Körper ist oxidativer Stress vergleichbar mit Rost. Er entsteht durch ein Ungleichgewicht zwischen dem Gehalt an Antioxidantien und gefährlichen Chemikalien, den sogenannten freien Radikalen. Dieses Ungleichgewicht kann die DNA, Proteine und Zellen schädigen, was zu einer Reihe von Krankheiten führen kann, einschließlich Nierenerkrankungen. Die Fähigkeit ihrer Nieren, Blut zu filtern, wird durch ihre glomeruläre Filtrationsrate, GFR, angezeigt. Eine höhere GFR weist auf eine verbesserte Blutreinigung durch die Nieren hin. Die Tatsache, dass Blaubeeren in der Studie die GFR erhöhten, deutet darauf hin, dass sie eine bessere Nierenfunktion fördern können. Und jetzt wird es interessant. Mehrere Nierenkranke haben nach der Aufnahme von Blaubeeren in ihre Ernährung eine deutliche Verbesserung ihres Zustands festgestellt. Nehmen wir Sarah als Beispiel. Nach der Diagnose einer Nierenerkrankung im dritten Stadium stand sie kurz vor einer Dialysebehandlung. Ihre Nierenfunktion verbesserte sich so weit, dass eine Dialyse nicht mehr erforderlich war, nachdem sie sechs Monate lang täglich eine Tasse Blaubeeren in ihre Ernährung aufgenommen hatte. Jetzt verstehe ich ihre Frage. Ist es wirklich möglich, eine Nierenerkrankung im dritten Stadium rückgängig zu machen? Obwohl Verallgemeinerungen nicht möglich sind, zeigen Fälle wie der von Sarah, dass eine gesunde Ernährung, die Früchte wie Blaubeeren enthält, sehr wichtig sein kann, um die Nierenfunktion zu erhalten und sogar zu verbessern. Sie sind auch eine fantastische Quelle für Ballaststoffe, Mangan und Vitamin C, die alle für die allgemeine Gesundheit von Vorteil sind. Außerdem lassen Heidelbeeren aufgrund ihres niedrigen glykämischen Index den Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen. Dies ist wichtig, da die Kontrolle des Blutzuckerspiegels für die Erhaltung der Nierengesundheit unerlässlich ist und Diabetes eine der Hauptursachen für Nierenerkrankungen ist. Es ist wichtig, daran zu denken, dass gefrorene Blaubeeren genauso nährstoffreich sind wie frische Blaubeeren. Tatsächlich werden gefrorene Blaubeeren häufig in ihrem reifsten Zustand eingefroren, wodurch ihre Nährstoffe erhalten bleiben. Falls also keine frischen Blaubeeren verfügbar sind, können sie gefrorene Blaubeeren in ihren Smoothies oder Haferflocken verwenden. Die zweite Frucht, Granatapfel, das juwelenfarbene Wunderwerk, der Granatapfel, steht als nächstes auf unserer Liste. Diese Frucht wird seit langem für ihre therapeutischen Eigenschaften geschätzt und die moderne Forschung unterstützt diese volkstümlichen Behauptungen, insbesondere im Hinblick auf die Nierengesundheit. Granatapfel sind reich an starken Antioxidantien, den sogenannten Polyphenolen, und können die Nieren vor Schäden schützen. Granatapfel sind einzigartig, weil sie Punicalagine enthalten, die starke Antioxidantien in großen Mengen sind. Aufgrund der Potenz dieser Moleküle hat Granatapfelsaft einigen Untersuchungen zufolge die dreifache antioxidative Wirkung von Rotwein oder grünem Tee. Bei Dialysepatienten verringerte der Verzehr von Granatapfelsaft den oxidativen Stress und die Entzündung, so eine in der Zeitschrift Nephrology Dialysis Transplantation. Veröffentlichte Studie Im Vergleich zu Personen, die den Saft nicht konsumierten, beobachteten die Forscher, dass Patienten, die ein Jahr lang dreimal pro Woche Granatapfelsaft tranken, geringere Werte an oxidativem Stress und Entzündungsmarkern aufwiesen. Doch das ist nicht auf Dialysepatienten beschränkt. Eine weitere Studie, die im European Journal of Nutrition veröffentlicht wurde, legt nahe, dass Granatapfel-Extrakt bei der Vorbeugung von Nierensteinen einem häufigen und unangenehmen Nierenproblem nützlich sein könnte. Die Forscher fanden heraus, dass die häufigste Art von Nierensteinen, Calcium-Oxalat-Kristalle, durch Granatapfel-Extrakt an der Bildung gehindert wird. Erlauben Sie mir, Ihnen Mike vorzustellen, einen 45-jährigen Mann, bei dem eine Nierenerkrankung im Frühstadium diagnostiziert wurde. Wenn sich sein Gesundheitszustand verschlechtert, würde sein Arzt ihn in Zukunft an die Dialyse anschließen müssen. Mike begann, Granatäpfel in seine Ernährung aufzunehmen, um dies zu vermeiden. Jeden Morgen trank er ein Glas ungesüßten Granatapfelsaft und bestreute seine Salate mit den Kernen. Als Mike diese Diät ein Jahr lang befolgte und andere gesunde Lebensstilanpassungen vornahm, zeigten seine Nierenfunktionstests eine deutliche Verbesserung an. Seine geschätzte glomeruläre Filtrationsrate, EGFR, war gestiegen, aber seine Kreatininwerte, ein Zeichen für die Nierenfunktion, waren gesunken. Mikes Arzt war von seiner Entwicklung beeindruckt und riet ihm, seinen derzeitigen Kurs beizubehalten. Sie fragen sich vielleicht, wie der Granatapfel die Nierenfunktion auf so signifikante Weise beeinflussen kann. Neben seinen antioxidativen Eigenschaften bietet der Granatapfel nachweislich eine Reihe weiterer Vorteile. 1. Blutdruck Für die Gesundheit der Nieren muss der Blutdruck gesenkt werden und dabei könnten sie helfen. Eine Nierenerkrankung kann Bluthochdruck verschlimmern, während Bluthochdruck eine Nierenerkrankung verschlimmern kann. 2. Entzündungshemmende Eigenschaften Der Granatapfel besitzt entzündungshemmende Eigenschaften. Eine chronische Entzündung ist eine der Hauptursachen für die Entstehung von Nierenerkrankungen. 3. Lipidprofile Die Lipidprofile könnten durch sie verbessert werden. Granatäpfel können dazu beitragen, die abnormhohen Triglycerid- und Cholesterinwerte zu senken, die häufig bei Menschen mit Nierenerkrankungen auftreten. 4. Bakterielle Infektionen Granatäpfel können einen gewissen Schutz gegen durch Bakterien verursachte Infektionen bieten. Menschen mit Nierenerkrankungen sind anfälliger für Harnwegsinfektionen und Granatäpfel besitzen nachweislich antibakterielle Eigenschaften. Es ist wichtig, daran zu denken, dass Granatäpfel viel Kalium enthalten, auch wenn sie vorteilhaft sein können. Bevor Sie Granatäpfel in Ihren Speiseplan aufnehmen, sollten Sie immer mit Ihrem Arzt sprechen, wenn Sie nierenkrank sind und eine kaliumarme Diät einhalten müssen. Er kann Sie beraten, wie Sie Granatäpfel in bescheidenen Mengen sicher zu sich nehmen können oder Ihnen andere Früchte empfehlen, die weniger kaliumreich sind, aber dennoch gut für die Nierenfunktion sind. Beim Verzehr von Granatäpfeln haben Sie einige Möglichkeiten. Die Kerne, auch Arillen genannt, können rohverzehrt, zu Saft verarbeitet oder als Nahrungsergänzungsmittel mit Granatapfel-Extrakt eingenommen werden. Wenn Sie sich für Saft entscheiden, achten Sie darauf, dass er nur reinen Granatapfelsaft und keinen Zuckerzusatz enthält. Denken Sie daran, dass Mäßigung entscheidend ist, denn selbst natürliche Fruchtsäfte enthalten viel Zucker. Die dritte Frucht, Kiwi, die wuschelige, winzige Kiwifrucht ist der letzte, aber ganz sicher nicht der letzte Punkt. Diese Frucht ist ein nahrhaftes Kraftpaket, vor allem wenn es um die Gesundheit der Nieren geht, also lassen Sie sich nicht von Ihrer geringen Größe täuschen. Das antioxidative Vitamin C, das dazu beitragen kann, die Nieren vor oxidativen Schäden zu schützen, ist in Kiwis im Überfluss vorhanden. Um genau zu sein, enthält eine Unze Kiwis mehr Vitamin C als eine Orange. Dies ist wichtig, da Vitamin C ein wasserlösliches Vitamin ist und vom Körper nicht gespeichert wird. Aufgrund von Ernährungseinschränkungen oder Vitamin C-Verlusten während der Dialyse können nierenkranke Menschen über geringere Mengen dieses Vitamins verfügen. Außerdem ist in Kiwis Kalium enthalten, das für eine gesunde Nierenfunktion notwendig ist. Kalium hilft bei der Muskelkontraktion, der neuronalen Signalübertragung und der Regulierung des Wasserhaushalts im Körper. Der hohe Ballaststoffgehalt der Kiwis macht sie jedoch besonders wichtig für die Gesundheit der Nieren. Laut einer Studie, die in der Zeitschrift Advances in Nutrition veröffentlicht wurde, war der Verzehr von mehr Ballaststoffen mit einem geringeren Risiko für die Entwicklung von Nierenkrankheiten verbunden. Den Forschern zufolge können Ballaststoffe von Vorteil sein, weil sie Entzündungen hemmen und die Darmgesundheit fördern, was beides gut für die Nieren ist.